Leute, was geht ab? Cupcakes ist back! Und heute gibt es einen ganz speziellen Guide, einer der euch helfen wird, euren Account prinzipiell zu verbessern. Mehr CC, richtig investieren, richtig Gear bauen etc. Und wir schauen uns gleich mal den ersten Punkt an und das sind die richtigen Supporter. Tatsächlich kann man bei Supportern ganz schön viel falsch machen, wie ich euch gleich zeigen werde. Nehmen wir als Beispiel King sowie Jericho, zwei Charaktere, die oft benutzt werden. Jericho beispielsweise hat als Supporter mit einem Assoziationsbonus, das sieht man an diesen goldenen Symbolen neben Bahn, Gustav, Heilbram und auch Julia, einen Bonus auf Stats. Beispielsweise Abenteurerbahn gibt 12% Lebensdiebstahl, während zum Beispiel Gustav die Regenerationsrate erhöht. Das hier ist erstmal sekundär. Wichtig sind zwei andere Fakte. Erstens, wenn es einen kombinierten Angriff gibt für einen erhöhten Multiplikator auf den Ulti, sollte dieser präferiert werden. Deswegen ist Julia hier schon mal wichtiger als die anderen beiden. Ist erstmal ein No-Brainer. Hier allerdings kann man beispielsweise, so wie ich zu Beginn, in die SSR Julia, die ja von der Rarität höher ist und von den Base Stats besser, habe ich erstmal in die hier investiert auf 5 Sterne Level 60, was eigentlich total für einen Arsch war. Denn tatsächlich ist in diesem Fall die SSR Julia die schlauere Variante gewesen. Denn wie man sieht, hat sie denselben Assoziationseffekt von 280 Angriff, wie auch diese Julia, mit dem selben kombinierten Angriff, aber mit dem großen Vorteil oder Unterschied, dass die Basiswerte, die sie wiederum der Jericho gibt, um ganze 10% erhöht sind, gegenüber Standard Julia um 5%. Das sieht man hier unten. Und warum ist das so? Wie hier steht, entsprechend des Levels Ultimativer Move, erhält man mehr Basis-Stats. Und die SSR Julia kann man sehr leicht mit goldenen Münzen auf Max bringen und dann ploppt die halt gleich mal 10% Stats raus und nicht 5. Ergo deutlich stärker. Man sieht sie auch ganz salopp. 11.600 Angriff, 5.000 Death, 84.000 Leben mit dieser Julia, während wir 700 Attack weniger, 300 Defense weniger und fast 6.000 Life weniger mit der anderen Julia haben. Gut, die ist nicht 6-Star und die ist Level 60, aber nichtsdestotrotz, der Unterschied lässt sich nicht von der Hand weisen. Ein weiterer Vorteil ist, kombinierter Angriff gibt übrigens noch eine Kampfklasse von 1.000 on top dazu, was für PvP sehr relevant ist, denn wer mehr Kampfklasse hat, also mehr CC, der hat natürlich den ersten Zug. Von daher immer schauen, in wen ihr investiert. Und wenn es Sinn macht, dann nimmt die SSR Variante, es sei denn, ihr habt einen Haufen Dupes herumliegen, beispielsweise Diana in diesem Fall, hat einen kombinierten Angriff mit einer Kampfklasse von 1.000, wenn es sie bzw. Matrona ist, bei dem King. Während diese Diana zwar 10% Stats gibt, und dann hat sie zu Assoziationseffekt, allerdings keinen kombinierten Angriff. Hier muss man abwägen. Laut Kalkulation von Leuten, die ich mir angeschaut habe, ob die wirklich so legitim sind, sei mal dahingestellt, aber angeblich lohnt sich, dass in diesem Fall, bei beispielsweise King, trotzdem mehr, die SSR Variante ohne kombinierten Angriff zu benutzen, anstatt die Wack-SSR Variante, bei der der Ulti von ihr auf 0 ist, und sich 5% Stats gibt. Bis zu einem, also so der Breaking Point ist wohl 3 von 6. Sprich, sobald man 2 Duplikate, 2 Münzen benutzt in die SSR Variante, wird diese wohl stärker, als die SR Variante, bei 6 von 6. Ich hoffe, es war jetzt verständlich. Aber ja, da halt schauen. Für PvP ist Kampfklasse besonders wichtig. Gerade der Ulti-Damage von King macht natürlich sehr, sehr viel aus im PvP. Da würde ich auf jeden Fall, beispielsweise diese Karte lieber spielen. Ansonsten für PvE, wäre die, finde ich, besser für King. Als nächsten Punkt auf der Agenda haben wir Erweckungssteine erhalten. Ich zeige euch das einfach mal, weil ich da ein bisschen was vorbereitet habe. Tatsächlich kostet diese Methode Geld und Aufwertungssteine, macht aber dennoch Sinn, sofern der RNG euch nicht screwt. Und zwar, bevor wir Ausrüstung zerlegen, SSR Ausrüstung, können wir diese auf plus 5 appen, auf 0 Sterne, so wie ich es hier gemacht habe. Wenn wir das tun, erhalten wir mit einer erhöhten Chance Erweckungssteine von 4 und sogar 5 Sterne Rarität. Explizit 5 Sterne ist hier unser Fokus. Tatsächlich bekommen wir beim Zerlegen von einem plus 5 SSR Gegenstand, wie man hier sieht, 10 von diesen Aufwertungssteinen zurück. Investieren müssen wir allerdings 25, also 5 mal 5, um das Ding erst mal auf plus 5 zu bringen. Klingt erst mal wie ein schlechter Deal. Da wir allerdings die Aufwertungssteine, 5 Sterne Aufwertungssteine Dropshops dadurch ziemlich erhöhen, ich habe leider keine genauen Zahlen, aber gefühlt macht es einen großen Unterschied, ist es das schon wert. Auf der anderen Seite bekommen wir beim Super und Ultra Erfolg bei Diana, also beim Zerlegen, eine erhöhte Anzahl von diesen Steinen zurück. Und wenn es ein Ultra Erfolg ist, wo es die doppelte Menge gibt, investieren wir somit fast gar nichts. Werden wir uns gleich mal ansehen. Allerdings bevor wir zerlegen, diese Ausrüstungen zum Zerlegen, farmt ihr am besten, während wir ein Event haben, wo es 50% weniger Ausdauerkosten gibt auf den freien Stages, also im freien Kampf. Und indem wir hier auf den Knopf Ausrüstung bei Kampf gehen, starten wir eine Quest, bei der es nach 8 Runs automatisch eine garantierte SSR-Drop gibt. Denn SSR-Drops haben nur 3% Droprate und dadurch können wir dem schlechten RNG damit ein bisschen entgegenwirken. Sprich, wenn es mal 2-3 Tage lang 50% Rabatt gibt, dann nutzt die freie Zeit, die ihr habt und macht diese Quests hoch und runter. Im besten Fall für das Set Angriff und das Set Verteidigung. Wieso für diese beiden? Übrigens Leben ist auch so ein Kandidat. Sagen wir diese 3 also. Diese 3 aus dem Grund, weil das die 3 Sets sind, die ihr am meisten benutzen werdet bei den meisten Charakteren. Denn Defense ist das Offset für praktisch jeden, mit wenigen Ausnahmen, dazu kommen wir aber später. Während Attack und Health Set die To-Go-4er-Sets sind für Angreifer bzw. Supporter. Und ein toller Nebeneffekt von diesem Farmen, wo wir als Fokus ja die Erweckungssteine haben vom Zerlegen, ist auch der Fakt, dass wir ab und zu mal über Equipment stolpern, das ja tatsächlich wirklich hochwertig ist. Und bevor ihr etwas zerlegt, das ist ganz, ganz wichtig, prüft bitte erstmal, ob das Zeug Trash ist oder nicht. Die meisten werden Trash sein. Moment, das war der falsche Held. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Beispielsweise in den letzten 2 Tagen oder streng genommen 1 Tag, aber eigentlich nur 1 Tag wirklich gefarmt, sind diese 4 Ausrüstungsteile gewesen, sowie 2, 3 Weite, die ich jetzt nicht ausgerüstet habe. Die habe ich auch gleich gesperrt. Denn wie man hier sieht, kommt das Ding halt mit einem fast Max-Roll. Genauso wie die Halskette hier, die ist sogar eindeutiger Max-Roll. Das macht ganz schön was aus, gerade bei Equipment auf der linken Seite. Und wenn ihr die CEC allgemein pushen wollt von euren Charakteren, da bitte aufpassen und das Gearsperren, was sehr hoch gerollt ist, den Rest könnt ihr dann zerlegen. So, fangen wir doch einfach mal mit dem Zerlegen an und schauen, was passiert. Beim Super- und Ultra-Erfolg wird es sich auf jeden Fall rentieren. Wenn wir Pech haben, vielleicht eher weniger. Schauen wir doch mal. So, dann wählen wir doch mal das hier aus. Ausspucken sollte er also 120 von den Erweckungssteinen. Dann schauen wir mal, was es gibt. Diane! Okay. Es gab 160 durch einen Super-Erfolg. Das heißt, wir sind schon mal hier nicht in der Miese. Es gab aber leider keinen 5-Sterne-Stein. Dennoch 8, 4-Sterne sind gut. Aber da geht noch mehr. Schauen wir mal. Und wieder 8, 4-Sterne. Okay. Für übrigens die maximale Effizienz habe ich nur einen Tipp für euch. Dem Video halber habe ich den jetzt selbst nicht eingehalten, um es euch zu visualisieren. Aber ihr selber könnt auf jeden Fall... Oh, da gab es sogar 12. Das heißt, das sind 2, 5-Sterne, wenn man sie konvertiert. Das machen wir auch gleich. Ihr persönlich solltet es vielleicht am besten nicht so machen. Denn in der Tat haben wir ab und zu Events, wo es bei Dianne, beim Zerlegen, eine erhöhte Chance auf Super- und Ultra-Erfolg gibt. Und man sieht, Ultra-Erfolg ist sehr potent. Denn wir haben jetzt sogar nur die Hälfte des Loots an SSR gehabt und der Rest war SR und UC-Scheiße. Und trotzdem haben wir 12 4-Sterne-Steine bekommen. Das war sehr gut. Leider keine 5-Sterne-Steine. Eigentlich läuft es besser, aber nichtsdestotrotz haben wir hier einen guten Progress gemacht. Was ich damit sagen will, ist einfach, ihr könnt das Zeug euch horten. Das bedeutet, wenn es Event ab ist, dann stackt eure SSR-Gear. Den Rest könnt ihr einfach ohne Bedenken weghauen. Erhöht eure Tasche, damit ihr ein bisschen Platz habt, wie ich zum Beispiel hier auf 175. Und wartet, bis ein Event ab ist, bei dem ihr Super- bzw. Ultra-Erfolg- Erhöhungschance bei Dianne habt und haut dann alles raus. Dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Ihr könnt übrigens auch diese Technik anwenden, wenn ihr 50% Rabatt bei Bosskämpfen habt. Ist ja auch jeden Monat ein, zweimal gefühlt so. Denn Bosse droppen ja auch Gier. Und zwar diese Kugeln. Die Runen. Und auch hier könnt ihr, wenn ihr sowieso gerade Lebenswasser und Dämonenblut farmt, wenn der Boss auf 50% Rabatt ist, die Kugeln nehmen zum Mitfarmen. Hier auch wieder schauen wegen Maxroll. Sobald ihr beginnt, die rechte Seite mit SSR aufzufüllen. Und ansonsten auch, dass wir zu horten und später zu zerlegen, wenn es auf plus 5 geholt wurde. Da 4 Sterne Erweckungssteine praktisch nutzlos sind, zumindest in meinen Augen, weil entweder benutzt ihr SSR-Gear oder UC- beziehungsweise R-Gear. Sprich, SR-Gear ist hier irgendwie so der, ja, der Elephant in the room, sag ich mal. Das Zeug ist halt einfach da. 4 Sterne Steine könnt ihr einfach nehmen und daraus, so wie ich jetzt, 6 Sterne, Entschuldigung, 5 Sterne Steine bei King tauschen, um dadurch direkt Progress zu machen. Also auch hier, wenn ihr einen Haufen 4 Sterne Zeug bekommt, ist nicht so schlimm, könnt ihr umtauschen. Jetzt müsst ihr schauen, wenn ihr primär auf R-Gear geht, wozu ihr 3 Sterne Steine braucht, würde ich erstmal nicht konvertieren in 4 Sterne, weil sonst könnt ihr kein R-Gear upen. Wenn ihr auf UC-Gear geht, dann natürlich eher schon, weil dann braucht ihr nur 1 Sterne Steine. Bleibt euch überlassen. Nächster Punkt ist Ausrüstung. Ein sehr wichtiger, sehr großer Punkt. Hier kann man nämlich auch sehr effizient umgehen mit Ressourcen. Beispielsweise ist es empfehlenswert, erst einmal Gear zu bauen, dass Pi mal Daumen die meisten Helden querbeet benutzen können. Beispielsweise Set Angriff und Verteidigung kann fast jeder DD benutzen mit Substats, Attack und oder Durchdringen eher Attack, Substats, Verteidigung und oder Resistenz eher Verteidigung, sowie Substats LP bzw. LP Diebstahl aber eher LP. Wenn ihr so SSR Gear mit hohen Mainstats habt, das ihr jetzt anfangen wollt zu bauen für die linke Seite, dann investiert am besten erst einmal in Gear, wie gesagt, das ihr auf mehr als einem Helden tragen könnt. Ihr solltet außerdem erst einmal in 4 Gear Sets, sprich für ein gesamtes Team investieren und das pushen auf 5 Sterne mit Ambossen rerollen, bevor ihr anfängt querbeet für 15 Helden 2 Sterne halbgegartes Gear zu bauen. Das bringt nichts. Denn tatsächlich ist es zwar ein bisschen nervig Equipment hin und her zu tauschen, aber es ist deutlich effizienter. Und so habt ihr nicht nur ein starkes PvE Team, sondern vor allen Dingen auch ein stark aufgestelltes PvP Team, wenn ihr beispielsweise Gear PvP spielen wollt. Ihr solltet mit der linken Seite SSR auf jeden Fall anfangen. Die rechte Seite würde ich erst machen, wenn ihr mindestens ein ganzes Set, sprich 4 Sets von SSR auf der linken Seite voll habt. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, wie beispielsweise Hauser. Denn Hauser in der Tat skaliert sehr sehr gut mit Durchdringen, weswegen ich beispielsweise hier bei seinen Gear auf Durchdringen gegangen bin. Oder eine weitere Ausnahme wäre Jericho. Ups, das war die falsche Jericho. Denn Jericho funktioniert sehr sehr gut mit Crit-Schaden. Deswegen hat sich ein Crit-Damage Set hier und hier sind 1 oder 2 Rolls in Crit-Damage reingegangen. Von daher müsst ihr halt schauen. Macht auf jeden Fall Sinn, so das Zeug hin und her zu Moven. So ist auf jeden Fall am meisten Effizienz mit dabei. Geht auf jeden Fall sparsam mit dem SSR gehabten Zeug um, weil 5 Sterne Steine sind ja doch etwas Mangelware und Ambosse sowieso. Auf hohen Mainstead müsst ihr achten, wie ich bereits gesagt habe, weil ich habe das beispielsweise eine längere Zeit nicht so gemacht. Da war es mir einfach wurscht. Ist das ein gutes Beispiel? Na, das ist sogar ein schlechtes Beispiel. Jedenfalls habe ich irgendwo 1, 2, 4 oder 5 Sterne SSR Teile herumliegen. Die sind halt vom Mainstead so bei der Hälfte oder weniger. War halt schon eine Waste. Das möchte ich euch ersparen. Bitte nur investieren, wenn es sich wie gesagt lohnt. Bei den Substead müsst ihr folgendes bedenken. Crit schaden oder auch durchdringen, Resistenz, Crit Resistenz oder beispielsweise Heilungsrate etc. Sprich alles, was keinen direkten Mainstead erhöht, also Angriff, Verteidigung und Leben, gibt deutlich weniger Kampfklasse als der Mainstead selbst. Das ist auch das Spiel skaliert einfach so oder arbeitet so in der Berechnung von Kampfklasse und das sollte euch wichtig sein, denn wenn ihr beispielsweise wie wir letztens der Endboss King draußen war struggelt auf beispielsweise 130.000 oder 150.000 CC zu kommen dann ist es wichtig jede CC rauszuholen die ihr rausholen könnt und ihr kriegt mehr CC mit direkten Mainsteads Angriff Verteidigung LP also das bitte bedenken ebenso ist es wichtig für PvP denn tatsächlich wenn ihr zum Beispiel Geared PvP spielt der erste Zug ist in den meisten Fällen ein Vorteil nicht immer aber meistens hier auch also gucken die Mainsteads bringen mehr CC und somit habt ihr mehr Gesamt CC und habt somit konsistenter einen ersten Zug auf der anderen Seite Geared PvP ist die Hölle und wenn du keine 160 K CC hast bist du am Arsch aber das ist eine andere Story ihr versteht was ich meine so bis 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 bis